Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreter und Medienvertreter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, hier im Heizensortationsforum, die Vorstellung der Firmen. Es freut uns auch, dass wir mit dieser Form jetzt bundesweit, oder man kann es ja sogar weltweit herunterladen, in gewisser Weise Vorreiter sind und wir wollen ganz ausdrücklich als Olimpazuswerk aktiv den Prozess der Digitalisierung in der Kirche mitgestalten. Gerscheiten Sie die Firmenvorbereitung zeitgerecht und erweitern Sie diese mit den digitalen Möglichkeiten der Firmen-App, um neue Dinge zu wählen. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf und Mut und Glaube helfen mir natürlich in alles, was ich tue. Glaube hilft, dass man nicht aufgeht, dass man ankommt. Sie haben offenbar von Ihrem Vater das Sportgehen geerbt, zumindest machen Sie auch Marathon seit einigen Jahren. Ihre Firmen ist dann nämlich ganz so lange her, was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie daran zurückdenken? Meine eigene Firmen ist jetzt sechs Jahre her und ich habe da auch eine Gemeinschaft, wenn ich zurückblicke vor Augen, die für mich da war und wo ich mich auch austauschen konnte, wo ich Fragen zu meiner eigenen Religion, also was, wenn ich sie selber hinterfragt habe oder wenn ich noch tiefer eingehen wollte, mich im Austausch mit Gleichgewinnten sprechen konnte, aber auch jemanden hatte, der mir die Fragen beantwortet hat. Einmal hier oben hochschauen, einmal hier oben.